warum hab ich dich denn teleportiert ich hab mich teleportiert gerade teleport du warum kann ich mich nicht hin teleportieren wohin ach jo zehn jahre später wenn es erstmal leckt weil du dich ja auch bestimmt geportet hattest hab ich gerade super super duper aber das waren die zwei einzigen Quests eigentlich generell noch die ägyptischen tempel das weiß ich wo das ist naja hat's egal sobald ich mir das nochmal durchgelesen hab und geguckt hab 20 billions haben wir die nicht doch sollten wir eigentlich ich mach die mal eben ach centus nicht teleportieren wieso weil ich jetzt keine kisten öffnen kann der server hält das nicht aus ich merk's ne wir haben nur auch nö wir haben 19 billion ich hab zehn stück noch ooooh mir immer sagen pack es in die kiste rein ach halt's maul okay die kam wir haben wie rox jetzt ooooh aber wie gesagt massenweise okay left alone da fehlt was für den hier noch keine ahnung der stuff das hier eigentlich für ein ohr das hier eigentlich für ein ohr ehrlich um hier in der hölle was machen zu können da müssen wir so überpowered sein mit der rüstung geht doch wie kann ich denn clay herstellen auf dümmste art und weiß oder war das plus 752 minus 754 das hab ich nicht das zeug na gut ich mach unten oh centus portet sich schon wieder ich hab grad nur geguckt ach man junge porte dich doch nicht flieg da einfach hin ach lady wie soll ruhig das ist immer total nervig da kann man nix machen aber da wir ja eh nicht mehr so viel haben jetzt kann man das ruhig machen dass das ein bisschen schneller vorangeht ja aber das ist voll nervig ich muss mal kurz was gucken äh mach nicht schon wieder nein ich freut mich jetzt nicht aha die haben wir eigentlich halb fertig side quest die haben wir auch mit dem mountain da wurde fertig ok ach ja schieb kalia ja ja trophäen es fehlen nur noch 2 3 4 5 6 sie sechs trophäen die drums müssen wir noch füllen ach ja die drums wollte ich bauen genau drum ähm eine gewichtsplatte ok nehm ich mal so ein stack ding hier mit 1 boah das läuft so schön weiter mit dem wasser toll geil ähm wie viele brauchen wir denn davon von den drums 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok neun stück machen wir mal neun stück und die 18 brauchen wir davon 2 9 18 soo ok neun stück haben wir fertig habe ich schon mit den drums kann ich die auch schon mal so halbwegs aufstellen liquid xp ist neben uns sauber hab ich noch ich habe keine piepes mehr keine piepes haben wir noch piepes 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 ne war ein liquid duck ne nicht fluid duck ne ich weiß das nicht mehr ich will transportieren fluid duck ähm fluid duck ist ja wasser oder flüssigkeiten Burton medzonfackel brauchen wir noch dankeschön und Lapids wally so achja das ging wieder nicht da weil es wieder nur von oben ging das war jetzt dumm das war dann das sind importen das mit den stellen das einmal weg und einmal so bitteschön und einmal reinpumpen sieht man gar nicht viel da reinpasst einigem einige 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 pups 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 nein pups nicht liquid geht okay dann brauchen wir seed oil milk milk können wir kriegen da brauchen wir einmal für weil kühe kann man glaube ich nicht automatisch machen oder mit dich auch nicht so wie krieg ich jetzt hin ach ja den letzten rest krieg ich ja ganz einfach raus ich weiß ja nicht ob das so funktionieren würde wenn ich das teil hier nochmal so aufbauen würde nee ich glaube das ist so protected ist doch nicht schlimm jetzt machen wir das mit den liquid xp ein bisschen anders nämlich die ganzen sachen nach unten hin schon eine schöne kleine ecke reingerichtet 1 2 3 4 5 6 7 8 und nummer 9 so das können wir direkt da reinpumpen dann können wir die erfahrungspunkte reinpfeffern ja dann machen wir das gleich noch hier da und da schon mal keine flüge gerade hast du dich gerade geportet wieder nein doch ich stehe hier noch rum du affe ich werde dich gerade wieder leckst aber du behindertest das leckmonster gerade so was will der her dennoch an quest liquid okay oil lava gibt es ein lava ich glaube irgendwie günstig herstellen magma crucible und okay boah aber extrem viel von dem zeug könnte ich das noch irgendwie künstlich herstellen glaube nicht glaubst du nicht ja doch mit bien könnte ich das machen aber das könnte ich gleich glowstone und redstone okay das kriegen wir alles hin schmeißen wir mal eben die pfeile da rein jetzt brauche ich was zu essen jetzt sind wir wieder am teleportieren das würde ich nie tun nein ich noch nicht hallo kühe wollen wir freunde sein und ihr gebt mir eure milch freiwillig milch wie kann man denn milch am schnellsten kriegen gibt ja keine keine pumpstation oder so das ist ein totaler cheater also das in der mitte mit dem wasser kann ich eigentlich abreißen oder kann man manchmal ein bisschen platz hier könntest du das eigentlich machen komische lecks gerade ich habe mich gar keine leistung was mich wundert ich habe so kennst du das wenn er so schwammig läuft ja so habe ich das gerade seit ich nicht hat liegt aber wahrscheinlich auch an meinem neuen pc video settings ich habe mal die 20 billions gemacht ne ja ok sensibilität ja geht ein bisschen besser 2 billions brauchen wir nochmal die habe ich auch gerade eingelöst mit den nächsten so was sind das denn also ein bag ein legendär und das andere gab es eine diskette dungeon oh dungeon ist immer gut 4 ender generatoren und 60 ender eye heftig macht die markt gleich weiter weil da noch ein paar ja da macht ihn dann kann ich gleich ein paar mehr abgeben weil ich mir dieses gebilde bei ihm weg warum hatten wir denn nochmal das loch in der mitte für strom ich weiß es jetzt wir wollten ja strom nach unten hin ziehen ach so ich kann jetzt mal so so die sind fertig ich mache magnet habe ich schon an super aber wie lösche ich denn jetzt am schnellsten wasser raus ich auch mein zige ist nur dicht machen ne ein coin